Ich hatte eigentlich am Ende des Krieges keine echte Vorstellung, wie es weitergehen sollte, sondern hatte nur ein Interesse, mich am Leben zu erhalten. Ich lag ja im Lazarett. Für mich war ja der Krieg schon praktisch mit meiner Verwundung im März zu Ende. Ich lag da nur noch in Lazaretten. Mich interessierte auch der Verlauf des Krieges nicht. Dass er zu Ende ging und verloren ging, war mir völlig klar. Aber wie es weitergehen sollte, ich hatte keine Vorstellung. Was haben Sie empfunden, als ich gehört habe, dass sich die Arbeiterparteien SPD und KPD zu einer gemeinsamen Partei paritätisch zusammenfinden im Frühjahr 1946? Zu dieser Zeit lebte ich ja noch in meiner alten Heimat in der Tschechoslowakei. Ich hatte über die Vorgänge in Deutschland wenig Informationen, so gut wie keine Informationen. Wir hatten ja weder Radios, noch hatten wir eine Zeitung. Von diesen Dingen erfuhr ich erst, als ich dann im Sommer 1946 aus der Tschechoslowakei in die sowjetische Besatzungszone umgesiedelt wurde. Da war ja viel Zeit schon vergangen und ich hatte mir über vieles Gedanken gemacht. Und mein Gedanke war, die Zukunft für Deutschland kann nur dort liegen, wo Menschen regieren, die dem Nazi, der Nazi-Zeit Widerstand geleistet hatten. Ich hätte auch können die Bundesrepublik übersiedeln, aber ich habe bewusst die Übersiedlung in die sowjetische Besatzungszone gewählt. Und da gab es bereits die Vereinigte Partei, die SED. Und mir wurde gesagt, und das glaubte ich, dass das wirklich eine neue sozialistische Partei ist, eine echte Verschmelzung von Sozialdemokraten und Kommunisten, wo die Fehler, die beide Parteien in der Weimarer Zeit gemacht hatten, vermieden werden und wo die Vorzüge beider Parteien vereinigt werden. So war auch die offizielle Lesart. So war auch die Vorzüge beider, dass die Vorzüge beider, So war auch die Vorzüge beider, dass die Vorzüge beider,